Was kommt nach der Schule? Wie sieht die berufliche Zukunft aus? Um den Schülern diese Fragen zu erleichtern, hat die IHK Karlsruhe das Projekt Wirtschaft macht Schule ins Leben gerufen. Dabei kooperieren Schulen mit Firmen aus der Wirtschaft. Durch einen Austausch soll den Schülern die Berufswelt näher gebracht werden. Für uns als Gemeinde ist es natürlich eine Aufwertung unserer Schule, für die wir auch Schulträger sind. Ich habe es ja schon bei den ausführenden Worten eben gesagt. Ich denke einfach, es ist eine Situation, die unseren Schulstandort steigt, weil wir Schüler auch einen Übergang ins Berufsleben schaffen wollen. Zum anderen steigt es aber auch den Wirtschaftsstandort Gondelsheim. Ich glaube, das ist einfach diese Gewinner-Situation für alle Seiten. Da sind wir glücklich, solche kompetenten Partner wie die Sparkasse Greichgau nun mal in unserer Region ist gewonnen zu haben. Mit der Sparkasse Greichgau als neuer Kooperationspartner lernen die Schüler im Rahmen von Wirtschaft macht Schule alles Wichtige rund um die Bank. Ob das Geldanlagen oder Schuldenpräventionen sind, die Sparkasse Greichgau bietet ihren Kooperationsschülern einiges an. Zum Beispiel machen wir ein Bewerbertraining im Rahmen von Ready, Steady, Go. Wir machen verschiedene Fachvorträge, wir machen den Finanzkompass, wir bieten Vorträge zum Thema Internet an. Wir holen die Schüler gern zu uns, machen ein Praktikum, Betriebserkundigen und, und vieles, vieles mehr. Ab und zu genießt auch die Schule mal einen schönen Schick, den wir mitbringen, um Projekte, die an der Schule durchgeführt werden, dass wir die entsprechend auch unterstützen. Mit der Unterschrift unter den Vertrag ist der erste Schritt getan. Nun gilt es, die Kooperation mit Leben zu füllen. Für die Schüler bedeutet es, dieses Projekt als Chance zu begreifen, um später gut in die berufliche Zukunft starten zu können. Es ist für uns eine wichtige Situation, denn wir sind ja auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule, da spielt die Berufsorientierung eine ganz große Rolle. Wir sind 2010 eingestiegen mit dem Boris Berufswahlsiegel, haben es vor wenigen Tagen rezertifiziert bekommen und auch bestätigt bekommen, dass unser Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist. Da haben wir ein ganzes Team, das da mitarbeitet. Wir haben verschiedene Kooperationen aufgebaut, die auch funktionieren. Ich denke an Ready, Steady, Go, die Situation, wo die Schüler auch mal selber aktiv werden, durchspielen, wie sie sich bewerben, das ganze Bewerbertraining, das dazugehört. Das ist eine ganz wichtige Funktion für die Zukunft für unsere Schule. Das Erfolgsprojekt Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe bringt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Schüler werden bei der Berufswahl unterstützt, die Firmen können so vielleicht auch schon den ein oder anderen künftigen Azubi gewinnen. Das Erfolgsprojekt hat Schule der IHK Karlsruhe bringt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Erfolgsprojekt hört kan man verstehen wie bei der faces slower Beteiligten. Das Erfolgsprojekt ist ein und mitoper ведet wird, bis zu Quilchen zu vorne und mit einem Versammlung diskutiert. Die troisième Erfolgsprojekt ist eine beste versammlung. Ist unter히 unfold? Bewusstavor- piau체 pasbelverte? Daher kommt was in der visa.